Wir haben ein bisschen im Archiv gegraben und tatsächlich noch so richtig alte Aufnahmen gefunden von 2009. Kommt mit, das ist so ein Querbeet von allem etwas, natürlich auch mit sportlicher Action. Beim Viegel am 9. 10. 5. 2009. Zwei sind noch schon gefahren. Ja, aber sicher nicht so gut wie. Die sollen stecken, oder? Brutal. Die sind voll so piep. Ich mag die. Und der Leute, ich versiere es. Und irgendwie schaut das so aus, als wenn da schon zwei Spotser auf dem LCD-Bildschirm wären. Von wem? Von Kassbrot. Ha? Hm. Das Horn. Wer gehst du noch in Erinnerung? Da oben war ich und da ich keine Luft mehr gehabt. Mini Mini Mini. Niiiit. Das ist eigentlich voll cool. Und da geht's jetzt runter. Zur alten Kart. Jetzt. Hier failure. Hier. Hier vehicle. Hier. Hier geht's wo. Hier wo sind呀. Hier geht's. Hier geht's. Juhu! Traumhaft, hm? Ja, voll cool. Und Schnee im Schuh. Jetzt schauen wir, dass wir da oben kommen irgendwie. Wir können auch einfach geradeaus runter. Weil, schau, wo wir dir gefahren sind, dann sind wir ja auf dem Schneefleck, wo wir hin müssen. Stimmt. Weil dann müssen wir nicht so viel quer, dann können wir fahren. Stimmt. Meist fahren. Ja, aber cool. Sicher? Geht echt? Ja, cool. Ja, cool. Ja, cool. Ketchup hat Reo, gib ihm. Gib ihm hat Reo. Haha. Ah, okay. Nein. Nein, nein. Du hast aber geschenkt gefressen. Weil es verbraucht ist. Aber es ist gut gegangen. Aber es ist gut gegangen. Nicht ganz dreist. Das ist schlimm. Was gibt's denn heute zu gut? Einen mexikanischen Bodeneintopf. Einen mexikanischen Bodeneintopf, dem wir mühevoll auf die Fleckalme geradelt haben. Und jetzt sitzen wir am Seidelalm. Zeig mal den Sie. Ausgezeichnet. Der Kameraschwenkwinkel ist zu schnell. Aber die Fleck war schon eine Tattoo. Aber auch schön. Da sieht man eh die Flecke. Geil. Schaut gar nicht so weit weg aus jetzt. Nein. Und da die Höhlenstützen da. Wah! Jetzt haben wir noch was bei der Tattoo überhaupt. 20. vielleicht. Ja, schätze ich auch mal dumm da so. Der Kochmeister am Werk. Jetzt wollen wir den Wärzenwürzen. Wir haben auch nichts mitgenommen. Nein, den muss man nicht würzen. Der ist schon gewürzt. Der ist sicherer Bräter auch schwerer. Den kannst du auch schon. Mh. Nein, noch nicht. Sicher. Da müssen wir ein Brot da. Dann noch mal Brot drin. Aber alle. Sicher. Boah, so schön. Jetzt schäum. Jetzt weißt du langsam mehr. Dann haben wir die Dosen über ein bisschen hinigen. Ja, zusammen wurschteln und mitnehmen. Aber noch lass ich sie jetzt stehen. Ich mag nicht lernen. Ich weiß. Das muss ab. Das muss ab. Das muss ab. Das muss auf Video ruhig fest sein. Im Video liegt nie. Ja. Aber nicht, dass es auf MTV kommt, wie der Marco sagen will. Ja. Ja. Ja.